Du musst dir das alles erarbeiten und deswegen scheiden ja auch so viele Drittligisten aus, wenn man am Ende guckt, wie viele von den 64 Mannschaften da Drittligisten sind, wie schwierig das ist, sich dann von Runde zu Runde auch zu konzentrieren, aber darum geht es. Das haben wir dann in der zweiten Halbzeit besser gemacht. Ich denke, dass der Wechsel auch dann gut war, Scheidauer rauszunehmen, ein bisschen mehr in die Breite zu spielen und mit Mama ein bisschen mehr Schnelligkeit und Tiefe zu bekommen. Das Ziel ist immer, eine Runde weiter zu kommen und das andere können wir dann auch in der noch mal besprechen, das werde ich auch machen.